Hallo zusammen und Willkommen zu einem neuen Video. Heute zocken wir mal eine Runde Trackmania. Ja, wieder eine Folge Trash Games ist das Ganze hier. Und das hier ist mal wieder ein Race Game, wie wir es ja schon von Flatout und so kennen. Oder hier Roll Cage, haben wir ja auch mal gezockt. Und ja, da spielen wir jetzt erstmal hier Beginnertraining, um das kurz zu demonstrieren, was das bedeuten soll. Ja, es geht halt einfach nur darum, irgendwelche Strecken zu absolvieren, die hier teilweise vorgebaut sind, aber auch teilweise, ja, sich selber mal bauen kann. Und das werden wir dann auch mal machen. Jetzt fahren wir ja erstmal ein paar Runden. Das sind natürlich jetzt noch die komplett einfachen. Ich werde jetzt auch nicht alle durchfahren, sondern nur mal so ein paar, weil es halt schön schnell geht. Und um vielleicht ein paar Sachen zu zeigen, die es hier gibt. Hier gibt es nämlich besondere Bauteile auch, wie wir es dann später auch noch sehen werden, wenn wir uns selber was bauen. Nehmen wir jetzt mal ein B. Die sind dann schon ein bisschen schwieriger, aber auch sicherlich noch sehr einfach machbar, wie man hier sieht. Ja gut, es ist jetzt schon ein bisschen länger. Aber trotzdem, es ist trotzdem leicht für erfahrene Profis wie uns, ja. Wir kennen es ja in solchen Spielen aus hier. Da geht das ja. Und wir schaffen das sogar immer in einer guten Zeit. Das ist doch nicht schlecht. So, dann hier. B8. Die Musik, ey. Die ist auch immer geil. Ja, das ist wieder ein Spiel, was ich früher immer oft gezockt habe, auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ziemlich nice. Also, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gezockt habe. Ich glaube, doch, 2010 war das, genau. Da habe ich mir am Ende die Bilder gescreenshottet. Das war lustig. Da kamen am Ende immer so andere Bilder, so wie die Fahrzeuge da rumfliegen. Ähm, das sehen wir jetzt leider nicht. Und die habe ich mir da immer gescreenshottet. Da habe ich die irgendwie alle gesammelt, weil das immer so random kam. Und ja, keine Ahnung. Jetzt muss man auf jeden Fall hier mal bergan fahren. Das ist auch mal ein bisschen Abwechslung. Also, hier gibt es auf jeden Fall viele Module und viele unterschiedliche, ähm, ja, Bauteile auch. Die man dann halt hier immer anders anreihen kann. Also, es ist schon ziemlich nice, finde ich, das Spiel. Ähm, allerdings habe ich das Ganze leider nur im normalen Modus gespielt. Also, Solo-Modus und nicht im Online-Modus. Das ginge auch noch. Aber leider, äh, kann ich auf Windows XP kein Online mehr laufen lassen, weil das nicht mehr sicher ist. Und, ähm, das Spiel läuft halt nur auf Windows XP. Deswegen, ne, ist halt kacke. Also, Online-Modus ist hier leider vorbei. Ist ja auch schon eine ältere Version von Trackmania. Es gibt davon noch weitaus neuere. Allerdings hatte ich nur das hier. Oh, jetzt habe ich, war ich sogar mal langsamer als die Target. Oder wie das heißt. Ja. Also, das ist ein bisschen doof immer mit dieser Situation. Keine Ahnung. So, da fahren wir mal die nächste Strecke. Das hier ist jetzt auf jeden Fall auch mal wieder was Neues. Und zwar müssen wir da hier ein paar coole Dinge machen, aber... Wir fällen natürlich erst mal. Ja. Ist ein bisschen doof. Da muss man halt gucken, wie man jetzt richtig fährt. Ist nicht so ganz leicht. Na gut, ist ja auch schon eine der etwas schwierigeren Maps. So, schaffen wir es jetzt? Ja. Schön. Dann kann man jetzt ja noch ganz gemütlich ins Ziel fahren. Der ist manchmal ein bisschen empfindlich, ne? Der Wagen. Also, manchmal reagiert er ziemlich komisch. Ich weiß auch nicht. Naja, scheint bei allen Spielen zu sein, so. Genau, so ein Flatout. Das regt mich ja auch immer auf. Naja, liegt da noch mal am Wagen, ne? So. Oh, jetzt kommt so epische Musik. Diese epische Musik, der erinnert mich auch immer voll an früher. Ach ja. Ich weiß nicht, so die alten Sachen, da kann man sich übelst gut immer noch dran erinnern, an manches. Wenn ich zum Beispiel jetzt wieder irgendeine Musik höre, die ich da vor, keine Ahnung, vor Ewigkeiten mal in irgendeinem Spiel gehört hab, das ist immer voll in das Teil gestanden. Für mich. Ich weiß nicht. Ich erzähle ja öfter mal sowas in der Art. Oh. Wie kann man nur so dumm sein? Naja. Dann nochmal. Ja, äh, was wollte ich noch erzählen? Ich weiß es gar nicht. Für die Folge. Letzte Woche kam ja wieder League of Legends. Das war ein ziemlich langes Video. Solche langen Videos möchte ich eigentlich nicht bringen. Also, so 20 Minuten, das ist eigentlich immer mein, äh, meine Länge. Das Video wird auch wieder 20 Minuten gehen. Ähm. Ja, aber so 40 Minuten will ich jetzt nicht ständig bringen. Also, das ist echt ein bisschen viel gewesen. Beziehungsweise, es waren sogar noch mehr als 40. Es war nur irgendwie eine Dreiviertelstunde. Das ist wirklich viel zu lang. Vor allem, das dauert auch ewig zum Hochladen. Und, ja, ich weiß nicht. So richtig Lust, das dann zusammenzuschneiden, hab ich auch nicht. Also, ist ein bisschen... ...schlecht. Naja, aber manche Runden in League of Legends dauern halt so lange. Hm. Naja, mal sehen. Also, vielleicht... Äh... Vielleicht ist die nächste Folge auch irgendwie zweigeteilt. Dass ich dann irgendwie... ...den ersten Teil vom Gameplay so hochlade... ...und den zweiten Teil dann irgendwie noch eine Woche später. Das wäre auch mal eine Idee. Aber... ...ich weiß nicht. Das ist irgendwie auch doof. Hm. Da gab es gerade einen kurzen Cut übrigens. Im Gameplay. Ihr müsst wissen, das ist wieder nachkommentiert. Gell? Und, ähm... Ja. Jetzt gehen wir übrigens mal hier in den Baumodus. Stimmt. Das hatte ich ja gesagt, wollen wir zeigen. Und das machen wir jetzt mal. Da können wir nämlich hier ganz schöne... ...ganz schöne verschiedene Bauteile aneinander fügen. Und das wird auf jeden Fall lustig. Dann gucken wir uns das hier mal an. Ich muss erst mal gucken, wie das mit der Steuerung hier funktioniert. Ja, so geht das hier. Mit dem Mausrad kann man hochscrollen und runter. Und, ähm... Dann mal schauen. Das hier ist dieser Startblock. Da werden wir dann anfangen. Wenn wir hier zu fahren anfangen. Also man kann das dann so testen. Und auch teilweise abspeichern. Aber das habe ich jetzt, glaube ich, nicht gemacht. Ich demonstriere das erst mal, wie das hier funktioniert. Dann müssen wir hier noch den Pfeil reinsetzen, ne? Und da starten wir dann halt. Wird so übelst cool umgeschwenkt. Und dann geht's los. Ja, also das ist jetzt wirklich erst mal ein sehr simples Beispiel, wie das so aufgebaut ist. Wie man sich Strecken zusammenbauen kann. Und wir fallen natürlich auf den Kopf. Ähm... Ja, zurückgesetzt wird man leider nicht automatisch. Das muss ich noch manuell machen. Und jetzt können wir ja mal gucken, dass wir hier ein bisschen was uns angucken. Was wir so aneinanderfügen können. Ähm... Ja, also werde ich jetzt erst mal hier einfach ein bisschen sinnlos rumbauen. Ja, ich denke mal, das wird ganz lustig. Habe ich damals auf jeden Fall auch immer gerne gemacht. Da habe ich mich immer manchmal hingesetzt. Und wirklich irgendwie stundenlang hier die ganze Zeit ne Map gebaut. Das war immer geil. Und ja, da habe ich das dann halt immer so ausgetestet. Und da habe ich manchmal so richtig skurrile Maps gebaut. Wo es dann so übelst in den Himmel ging und so. Und jetzt erst mal das entfernen, damit ich was Neues hinstellen kann. So, da gucke ich jetzt erst mal. Ähm... Ja, wie gesagt, immer erst einen Startblock setzen. Das ist immer das Beste. Und ansonsten haben wir hier auch ein paar schöne Kurven. In unterschiedlichen Größen. Wie man da unten nochmal sehen kann. Ja, also früher war es echt immer krass hier, was ich hier teilweise zusammengezimmert habe. Das ging gar nicht. Da waren echt schlechte Sachen dabei. Wie man es von mir sicherlich erwartet. Ne, also... Ich weiß nicht. War schon immer relativ witzig eigentlich. Oh, und das geht gar nicht. Ich dachte schon. Gut. Ähm... Ja, ich habe auch zur Zeit keinen Überblick mehr so richtig, was es hier alles gab. Ist auf jeden Fall sehr viel. Wie man sieht hier, da gibt es so komische Kreuzungen und... Dinger, die so zusammenfließen. Und hier genau diese geschwungenen Teile. Wie nennt man das mit dieser Delle? So ein Teil, ich weiß es gar nicht. So, lassen wir mal nach unten hier. Geht gar nicht. Ja, nehmen wir das hier. Das mit so einer Säule in der Mitte. Da muss man mal aufpassen. Ja. Ach, das ist jetzt so eine Rampe. Die geht ja noch. Gibt es dann später, glaube ich, auch noch so richtig steile Rampen. Ähm, ja. Und was wollte ich sagen? Ach so, hier gibt es noch die gerade Straße. Die ist ein bisschen anders. Ähm, weil die nicht diese gelben Dinger hat, die so andocken. Sondern die ist wirklich nur so durchgehend. Ähm. Und da habe ich mich früher auch mal gefragt, warum das so ist. Aber... Es hat schon seine Gründe, ja, ja. Ja, es ist halt, weil man das so auseinanderziehen kann oder... Keine Ahnung. Irgendwie hat es was damit zu tun. Wahrscheinlich. Ich weiß auch gar nicht, von wann ist denn das Spiel, by the way. Ich glaube, das ist so von... 2002 oder so. Keine Ahnung. Also so richtig uralt sieht es ja jetzt auch nicht mehr aus, ne. Es gibt auf jeden Fall Spiele von 2009 oder so, die schlechter sind als das hier. Weil wir eine schlechtere Grafik haben. Also da finde ich schon, dass das hier relativ gut ist. Es kommt auch aus einem guten Hause, ja. Ich meine, von welcher Firma ist das hier? Ich weiß es gar nicht. Von Trackmania. Ist eine eigene Firma. Ne, keine Ahnung. In der Deo steht da oben immer. Ja, also das geht schon. Ich glaube, das ist auch von Nvidia, oder? Ja, kommt hin. Ja, ist aber tatsächlich ein relativ gutes Spiel, finde ich. Wenn man es noch in Online-Mode spielen könnte, dann wäre es natürlich noch besser. Wir testen jetzt erstmal die Strecke hier. Nur um das nochmal zu zeigen. Und ja. Was ich vorhin noch erzählen wollte, früher habe ich immer so Strecken im Himmel gebaut. Die waren richtig krass. Da hast du die ganze Zeit diese Beschleunigungsteile. Und, ähm. Ah, da muss ich nochmal neu starten. Da ist ein bisschen doof gelaufen. Da hat es auf jeden Fall die ganze Zeit diese Beschleunigungsteile. Und bist dann so übelst weit noch in den Himmel geflogen. Übers Stadion hinweg. Und hinterm Stadion war dann so die Leere. Hast du noch gesehen? Das war auch richtig geil. Und jetzt fahre ich einfach mal rückwärts hier. Und zwar den anderen Weg. Weil der Erste, der katapultiert einen ja ins Nichts, ne? Wie wir gesehen haben. So. Ja, dann einfach mal los hier. Genau, diese Teile hier. Die waren das. Und dann einfach nochmal. Ach nee, doch nicht. Ja, man muss ja mal Enter drücken, um dann aus dem Spiel zu kommen. Das ist doof. Gut, dann gibt es ja noch sowas. Das kann ich ja auch nochmal einbauen. Aber wie löscht man Sachen nochmal? So vielleicht? Nee. Das ist so ein Pickup, ne? Ich weiß es echt nicht. So. Clear All können wir machen. Ah, das ist ja doof. So. Naja, dann gucken wir mal hier. Machen wir nochmal ein bisschen Advanced Training. Im Solo-Modus. Und da fangen wir mal direkt mit E an. Und mal sehen, wie wir das schaffen. Das sind jetzt auf jeden Fall mal ein paar anspruchsvollere Strecken, die man nicht so einfach hinkriegt. Und ja, da schlagen wir uns mal hier ein bisschen durch. Gut, Leute. Ich weiß auch noch gar nicht, wie wir das jetzt in Zukunft machen wollen mit League of Legends. Wie oft das kommen wird. Ich weiß, ich fange immer wieder damit an. Aber, ja, ich bin mir da auch nicht sicher, wie ich das bringen soll immer. Ich werde es auf jeden Fall so alle paar Wochen bringen. Ich habe auch gar nicht so oft Zeit dazu, das zu zocken fällt mir ein. Oder auf. Ähm. Ja, also es ist wirklich so. Ich weiß nicht. Ich zock dann auch immer nur eine Stunde. Und dann mal irgendwie einmal im Monat. Öfter habe ich auch irgendwie gar keine Lust und Zeit und keine Ahnung. Aber so wie es jetzt ist, können wir es doch, denke ich, weiter machen. Ja, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall jetzt weiterhin kommen. Nächste Woche sollte schon die nächste Folge kommen von League of Legends. Ich hoffe mal, dass die dann ein bisschen kürzer ist. Werden wir mal schauen. Vielleicht mache ich auch mal eine alleine, habe ich mir so überlegt. Die erste Folge war ja auch alleine. Und, ähm. Ja, also irgendwann werde ich sicherlich wieder mal eine alleine machen. Um dann, ja, da kann ich noch mal ein paar Themen ansprechen. Ich habe mir da schon mal was überlegt. Äh, was man da vielleicht ansprechen könnte. Einfach während man so ein bisschen da rumläuft. Gibt es da sicherlich einiges zu erzählen. In der letzten Runde bin ich ja so richtig oft gestorben. Das hat mich ein bisschen genervt. Ähm. Das war tatsächlich nicht so geil. Aber ich denke mal, langsam wird man besser. Und manchmal bin ich ja auch einfach so Brain AFK. Ja, und dann bin ich da so die ganze Zeit und chill da so. Und dann bin ich auf einmal tot, ne. Dann habe ich wieder 40 Sekunden Zeit bis zum Respawn. Was dann natürlich immer sehr nervig ist. Und ich hoffe mal, das wird sich bessern. Dass ich mal ein bisschen, äh, konzentrierter spiele. Ja. Und, ja, wird sich aber zeigen mit der Zeit sicher. Ich will jetzt auch nicht so mega League of Legends suchten. Ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht so meins. Das jetzt jeden Tag zu zocken oder mehrere Stunden. Wie es die anderen dann teilweise auch machen. Ähm. Ich weiß nicht. Das ist nicht so. Da habe ich nicht so viel Lust drauf. Ich möchte das eher so selten mal machen für zwischendurch. Finde ich es ganz okay. Aber nicht so oft so abhängig. Ja. Ich weiß nicht. Ja, dann kommt ja auch demnächst noch Ark dazu. Da warte ich ja zur Zeit auch noch so ein bisschen drauf. Ähm. Muss ich mal gucken, wie ich das da auch zeittechnisch mache. Ähm. Da wird ja dann immer noch ein drittes Video kommen pro Woche. Also immer montags noch. Ein drittes. Und das wird auf jeden Fall auch ganz interessant. Denke ich mal. Und ähm. Ja. Da muss ich aber erst mal schauen. Das Spiel habe ich auch noch nicht gekauft. Das muss ich auch noch alles machen. Ja. Ihr wisst ja, wie es ist. Ist alles ein bisschen zeitintensiv. Äh. YouTube und so ist schon nicht so leicht, ne. Ist schon ein harter Brocken. Kann man mal so sagen. So. Aber es ist wirklich so. An manchen Stellen ist YouTube echt ein bisschen nervig. Wenn es dann darum geht. Halt wirklich regelmäßig Videos zu bringen und so weiter. Vor allem auch Sachen umzusetzen, die man so sich ausmalt. Da braucht man manchmal ein bisschen Vorarbeit und Vorbereitung. Sonst wird manches nichts, ne. So. Okay. Also die Musik. Ist einfach so ein Ticken im Hintergrund von so einer alten Uhr. Jo. Und dann. Ist das Video, denke ich, auch gleich vorbei. Also. Ich meine. Ich sehe es ja hier schon, wie lang es ist. Es geht knapp 20 Minuten. 19 Minuten 59, um genau zu sein. Und ähm. Ja. Jetzt haben wir lang genug an dem E0 rumgearbeitet. Jetzt machen wir nochmal das Schwerste. Von den Advance-Dingern zumindest. Ich wollte eigentlich auch nochmal in die... Äh. Wie hießen die anderen? Ähm. Auf jeden Fall in diese extremen Dinger wollte ich da auch nochmal rein. Ich glaube, das machen wir gleich dann auch nochmal. Ach stimmt hier. Das war ja auch so scheiße. Genau. Hm. Eine Minute 20 hätten wir Zeit. Ist natürlich unschaffbar. Weil es einfach hier, ne. Ihr seht's ja. Für mich zumindest ist es nicht gerade realistisch. Oh scheiße Alter. Genau einen Zentimeter daneben. Das ist ja nicht so geil. So. Das war wieder knappe Sache. Und wieder drüber. Das gibt's doch nicht. Na gut. Dann nochmal. Also lange probiert es jetzt hier nicht noch. Ne. Da sollte ich dann gleich nochmal das letzte zeigen oder so. So. Oh Mann. Fallschmüder runter hier. Gibt's doch nicht. Ja Leute. Ich weiß gar nicht mehr, was ich so großartig erzählen kann und soll. Ähm. Ist auf jeden Fall alles in allem wieder ein recht ordentliches Spiel gewesen. Allerdings fehlt mir persönlich so ein bisschen das Ziel. Und äh. Ja. Deswegen ist das Spiel auch auf Dauer halt nichts. Weißt du. Das ist mal was für zwischendurch. Wieder was Nettes. Aber auf Dauer. Hm. Keine Ahnung. Ich wollte dazu ja mal irgendwie ein Let's Play machen. Über mehrere Folgen hier. Das heißt halt es irgendwie dann 5, 6 Folgen gegeben. So wie jetzt. Ähm. Aber das ist dann auch nichts geworden. Und ich dachte mir halt ein Video reicht. Einfach weil. Es reicht. Ja. Also noch mehr. Auf noch mehr hätte ich jetzt keine Lust ehrlich gesagt. Ähm. Da habe ich auch zu viele andere Sachen noch, die ich vorhabe. In Zukunft. Die ich dann lieber mache. Und dann kann man ja nochmal hier Expert Training machen. Genau. Das ist auf jeden Fall ziemlich schwierig hier. Gehen wir mal zu I9. Das Allerschwerste was es gibt. Wie viel Zeit haben wir jetzt? Ah da. Zwei Minuten 44. Lol. Ja das ist auf jeden Fall dann schon für die MC Experts ne. Oder TM Experts mit anderen Wochen. Aber nun gut. Ich würde sagen. Das machen wir jetzt nicht mehr. Denn ich beende das Video an der Stelle. Das ist mir einfach zu ein Level zu hoch hier. Ich wollte nur mal kurz die Strecke sehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Genau. Also. Ciao. Ciao.